ich bin's euer Nintendo und ich habe hier zwei schicke Boys im Hintergrund dabei einmal zum ersten mal auf dem Kanal Stonix aka Robert und natürlich blieb immer bekannt wird die Flachse jetzt kommt fast bis des Todes easy 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 3D ausgeholt direkt ach die haben unseren Weg abgebaut Hobby los ich bin bei den mit die haben wir nicht weil du gerade welche gekauft hast jetzt schon Prozent noch ein Gelber und ich war gerade grün ich wollte gerade ja ja nur eins Feuerkugel ist das nicht so schlimm alle drei auf ihn haben ihn hallo die baune Glasburg Applaus Bett könnt 1 blaues bitte töten damit 1 blaues raus ist hey Gabe ist auch raus also ich mein rot ist auch raus das sind die letzten nice Runde jetzt ist das nicht so schlimm ja das ist das nicht so schlimm das ist das nicht so schlimm das ist das nicht so schlimm wie Robert an Robert kommt nicht nach Robert kommt nicht mal an so gut die du hoch die du hoch hab ihn ja hab ihn nein warum haben wir keine Trap wer war so staunen hat noch keine Trap geholt warum gehen die Roten auf Ohr wir sind das letzte Team hab ein der nächste ist hier unten der nächste der nächste unten Hallo Hilfe Hilfe und ein dritter hier ist glaube ich noch ein dritter gewesen oder ist der base keine Ahnung die holen sich nicht mehr equipped oder so die gehen direkt drauf jetzt gleich schon ja ich hab die ausgetrickst ich bin einfach ich bin einfach über einen gesprungen nice ja die lassen sich jetzt hier und da aber richtig fail oha das hat er so viel ausgesprengt habt sie ich glaube er könnte mitte sein ja er kommt gerade zu uns in die base er kommt er kommt ich komme ich habe eine Idee du bleibst hier lassen ihn die base kommen lass ihn ruhig kommen ich trappe ihn die ganze Zeit also ich mache mir doch nicht schon wieder Trap Trap er sollte durch den Trap oder was alle ausgerüst ja Robert hat ihn nice dann würde ich nach diesen zwei erfolgreichen Runden sagen das war es mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja schaut auf jeden Fall bei Robert und bei Givan vorbei äh nice ähm und ich würde sagen das war äh äh ciao bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.